Wir bekommen ein neues Sims 4 Erweiterungspack namens Leben und Tod. Ich werde heute mit euch zusammen den Trailer analysieren, aber euch auch viele neue, heiße Infos über das neue Pack liefern. Euch ehrlich meine Meinung sagen, was ich von dem neuen Pack halte und was mir so aufgefallen ist. Los geht's! So, das erste was mir natürlich auffällt sind neue Klamotten. Neue Klamotten gehen immer. Und vor allem, was mir auch auffällt, und das finde ich auch wichtig, neue Klamotten für unsere Kinder. Also ich liebe schon mal diese Hose. Ich liebe den Stil der Oberteile. Also ich finde, da geben sie sich wirklich viel, viel, viel Mühe. Gefällt mir richtig gut. Ja, hier sehen wir eine Art Markt. Erinnert mich so ein bisschen an Hanford und Becky, wo man wieder wahrscheinlich verschiedene Dinge machen kann. Wir haben hier so eine, ich denke, was zu essen. Da haben wir einen Kreis, wo wir gleich etwas anderes noch sehen werden. Hier fliegt ein Geist rum. Das Outfit finde ich schon mal sehr funny mit dem Raben. Ich bin auch mal gespannt, was es genau mit diesem Raben auf sich hat. Die Augen erinnern mich ein bisschen an die böse Henne, wenn ihr wisst, aus Landhausleben. Hier haben wir so eine Art, ich denke mal, das soll so Karten lesen, Tarotkarten lesen, darstellen. Was mir auch schon mal im Hintergrund auffällt, seht ihr die schwarzen Rosen? Also auf jeden Fall auch neue Pflanzen und das... Neue Pflanzen sind immer gut. Und ihr seht auch hier, die fliegen hier wieder durch die Gegend. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier so eine Art Fest ist oder... Ja, Vorstellung. Es hieß ja, dass man auch irgendwie so eine Art Mondfest feiern kann. Oh, seht ihr den Ring mit dem Totenkopf? Auch im Hintergrund, ne? Ihr seht ganz viel hier mit Totenkopf, neue Tapeten. Da wird so ein bisschen optisch dargestellt. Da glauben ja viele dran, dass die Seele so den Körper verlässt. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob es diese, ich denke mal, es ist eine neue Todesart, ob es diese nur für alte Menschen gibt oder ob man das halt auch bei jeder Todesart jetzt hat, dass quasi in irgendeiner Weise das dargestellt wird. Super schöne Welt schon mal. Also ich muss ehrlich sagen, ich gehe noch mal ein Stück zurück. Die Welt erinnert mich sehr stark an eine Mischung aus... Handford und Beckley, Zeit für Freunde, das Unipack. Also es ist so eine wilde Mischung aus allem. Man sieht hier oben eine Burg. Oh, wie sehr würde ich mir wünschen, dass man zu dieser Burg kann. Bitte lass mich zu dieser Burg. Also die Stadt gefällt mir optisch schon mal sehr gut, wobei ich halt sagen muss, es ist halt auch irgendwie wieder nichts Neues, wobei ich auch wiederum sagen muss, wir hatten in letzter Zeit jetzt so viel, ja, diese, diese heißen Orte mit Palmen und Pipapo, dass ich es schön finde, dass mal wieder so ein bisschen was anderes kommt. Das Haus sieht richtig cool aus. Also anscheinend können wir auch hier so ein bisschen mehr ab jetzt darstellen, dass so ein Haus kaputt ist und wieder neu hergerichtet werden muss. Durch mal diese schöne Gegend hier an. Also das erinnert mich hier schon sehr stark an die Zeit für Freunde Welt. Das finde ich auch cool, dass sie so eine Art Mount Rushmore darstellen. Finde ich richtig, richtig cool. Ich denke mal, man kann vielleicht auch hier unten angeln. Vielleicht kann man hier auch schwimmen. Richtig cool dargestellt. Hier sehen wir wieder mal die neue Art an Möbeln, denn wir können endlich Beerdigungen stattfinden lassen. Und das in ganz verschiedenen Formen. Sei es drin, draußen. Ich denke mal, das wird laufen wie bei Hochzeitsgeschichten. Dass wir ein Ereignis planen, dass wir das gestalten können, dass wir verschiedene Merkmale, Eigenschaften, Dinge, die vor Ort passieren sollen, einstellen können. Aber wie gesagt, das ist etwas, wo ich extreme Angst vorhabe, dass es eben genauso katastrophal abläuft wie bei Hochzeitsgeschichten. Denn sie haben es nach Jahren immer noch nicht geschafft, Hochzeitsgeschichten richtig zu fixen. Was gibt mir jetzt die Garantie, dass es jetzt da besser laufen wird? Wenn sie es noch nicht mal geschafft haben, diese Ereignisse und Abläufe bei Hochzeitsgeschichten hinzukriegen. Bis heute auch nicht zu fixen. Sehr schön. Guckt euch mal, wie süß der ist. Ah, ich will diesen Pilz mit der Blume. Ja, und ich denke halt auch, das wurde ja auch gesagt, dass es verschiedene Trauerarten gibt. Es soll die Trauerart Wut, Niedergeschlagenheit, Leugnung und Zusammenreißen geben. Also sehr realistisch zum echten Leben. Das finde ich auch gut. Das finde ich auch fantastisch. Wir werden die Möglichkeit haben, ein Erbe zu verfassen. Und ein Erbe, also dein lebender Sinn kann ein Erbe schreiben, was dann, ja, vorgelesen wird nach dem Tod. Und zu sehr unterschiedlichen Emotionen führen kann. So, das finde ich fantastisch. Es gibt nämlich die Möglichkeit, eine Art Reise anzutreten mit einer Bucketlist. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe auch eine persönliche Bucketlist mit Dingen, die ich noch erleben und sehen und machen möchte. Und das kannst du jetzt auch machen. Und das kannst du im lebenden Zustand, aber auch im sterbenden Zustand quasi weiterführen. Und kannst damit Dinge freischalten. Ein Beispiel. Und ich liebe, Leute, ich liebe es, einen Haken hinter Dinge zu setzen. Ich liebe es. Diesen Fluss liebe ich schon mal. Der gibt mir so ein andere Welt-Touch. So, als wenn man nochmal wieder durch so eine Höhle wandert. Und dann kommt man da durch. Und hier siehst du zum Beispiel, es glitzert. Hallo. Es glitzert. Das ist mein Ding. Und es schwimmen überall tote Fische rum. Das ist fantastisch. Es glitzert. Da. Seht ihr die Fische? Ich finde das so cool. Wenn man da wohnen kann. Weil da steht ja auch ein Haus. Das wäre schon verdammt. Was wir endlich machen können, was ich fantastisch finde. Wir können einem neuen, aktiven, aktiven Job nachgehen. Als Sensemann-Azubi quasi. Wir können uns da hocharbeiten. Wir können verschiedene Dinge ausarbeiten. Wie man aussieht. Genau das, dieses auf dem Rücken liegen auf dem See, habe ich auch schon mal in einer ganz wichtigen Situation gemacht. Ich habe auf einmal mit etwas Frieden geschlossen. Deswegen verbinde ich und fühle ich diese Situation. Das ist vom Thema her, aber wir werden endlich Friedhöfe bauen können. Wir können endlich aktiv unsere Lieben trauern und uns da was gestalten. Und ich freue mich jetzt schon so sehr, was ihr da an kreativen Köpfen gestalten werdet und machen werdet. Denn der Bereich Trauer, jeder trauert ganz unterschiedlich. Und es gibt auch keine Regeln und es gibt auch kein, wie kannst du so reagieren oder wie kannst du so reagieren. Ich sage immer, es ist eine Narbe, die auf deinem Herzen entsteht. Eine weitere Narbe. Man weiß immer gar nicht, wie viel Narben ein Herz ertragen kann. Die immer wieder einmal aufreißt und verdammt wehtut. Aber sie wird über die Jahre erträglicher. Und ich habe selbst schon Sims gehabt in meiner Legacy-Familie. Jetzt zum Beispiel die Kieran Dales, die mir so ans Herz gewachsen sind, dass es für mich mehr als Pixel und Zahlen waren. Und ich hätte mir sowas wirklich gewünscht, um aktiv trauern zu können. Das ist eine Anspielung darauf, dass es quasi, wenn du die Punkte erfüllst und alles so weit funktioniert, dass du eine Art Wiedergeburt starten kannst. Wie das funktionieren soll, warten wir mal. Das war etwas, wo halb Sims am Kreischen war. Denn der Sensemann hat das erste Mal Englisch gesprochen. Also man konnte das erste Mal den Sensemann verstehen. Und es gibt halt bald noch einen Gameplay-Trailer. Und ich denke mal, der Gameplay-Trailer wird sehr stark passend zu dem Thema sein. Denn gerade jetzt im Oktober, wahrscheinlich passend zu der Halloween-Zeit und so weiter, wird dazu noch was weiteres kommen. Who's next? Who's next? Das Pack kommt am 31. Oktober raus. Und du kannst, wenn du es bis zum 12. Dezember bestellst, diese Dinge noch dazu bekommen. Gut, ich würde gerne mit euch nochmal auf die Sim-Times-Seite gehen. Auf der Sim-Times-Seite kriegst du ja wirklich alle Infos, die du so brauchst, zusammengefasst. Und auf der Sim-Times-Seite gab es zum Beispiel auch schon mal so die ersten neun anderen Bilder. Man muss sagen, die sind wahrscheinlich auch von der EA-Seite. Aber Sim-Times fasst das irgendwie alles nochmal ganz gut zusammen. Also hier siehst du so ein bisschen den Job als Sensemann. Hier siehst du diesen Bereich Wiedergeburt und ja, so ein bisschen, dass du auch als Geist weiterleben kannst. Bei dieser Geist-Geschichte, wenn du als Geist weiterleben kannst und den auch aktiv im Haushalt spielen kannst, ist meine Frage, können sie nicht langsam auch mal den Haushalt erweitern? Wir können, glaube ich, maximal acht Sims spielen. Wenn du jetzt Tiere, Geister, Sims, acht Sims sind einfach zu wenig. Aber seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Die kaputten Fenster. Och, ich liebe sowas, ne? Das ist so realistisch. Ja, hier sehen wir Beerdigungen, ganz verschiedene Arten von Trauer, wie man damit umgeht. Manche machen Kerzen, andere halten Reden. Hier wird Wodka oder Getränke ausgegossen. Sehr, sehr tiefsinnig gemacht. Du kannst aktiv anscheinend interagieren mit Geistern. Es gibt, glaube ich, auch wieder neue Zwerge. Du kannst aktiv auch Techtel-Mächtel haben. Guck mal, da hinten ist, glaube ich, sogar ein Geisterzug. Also, very interesting. Das ist die neue Welt. Ich denke mal, das ist dieses Festival, was du da machen kannst. Das sind die neuen Gegenstände, die man sich holen kann. Und die neue Welt wird heißen Ravenwood. Sie wird aus drei Nachbarschaften bestehen. Aus einem unheimlichen Dorf voller Geister. Eine sanfte Hügellandschaft, wo das Mondfestival gefeiert wird. Und einem mystischen Wald mit schaurigem Sumpf. Also, das kann man hier ganz gut sehen. Und es soll so ein bisschen immer diese Grenze zwischen Leben und Jenseits darstellen. Es gibt einen Stadtfriedhof und einen Sargverkauf und Wunschbrunn. Genial. Das Herzstück ist das neue Belohnungssystem, was man so ein bisschen, ja, diese Bucketliste, weil Sims wiedergeboren werden können. Und sie können vergangene Entwicklungsfähigkeiten, Merkmale und so weiter freischalten. Und abhängig vom Alter, dass sie zurückkehren, auch interessant. Vielleicht also gar nicht nur Baby, sondern du kannst vielleicht auch als, keine Ahnung, Teenager zurückkehren. Du kannst das Alter und Aussehen anpassen und wo er wiedergeboren werden soll. Du könntest also auch jemanden in einem anderen, vielleicht sogar bei irgendwelchen Taunis, wiedergeboren werden lassen. Ei, ei, ei. Ab jungen Erwachsenenalter kannst du die Bucketliste erstellen und abarbeiten. Du kannst aber auch Dinge wegklicken und neue Dinge auch haben, also zufällige Ziele. Du kannst aber auch bestimmte Ziele auswählen. Und das bringt Belohnung mit sich. Du kannst bei maximaler Beziehungsstufe ein Tächte-Mächte an einem unkonventionellen Ort haben, zum Beispiel in einem Grill. Du kannst aktiv Geister spielen, die Chaos stiften können. Du kannst neue Kräfte und Fähigkeiten zum Beispiel hier ausbauen, also Geisterkräfte. Und du kannst den Pfad zwischen guten und bösen Kräften auswählen oder neutral. Du kannst sie sogar auch, die Geister in dem Ersteller in Sim-Modus anpassen. Und bei dem Sensemann ist es so, dass du aktiv an der Seite Sensemanns arbeiten kannst. Du hilfst ihnen dabei, Seelen zu ernten, Geistern zu helfen oder Gespenster zu vertreiben. Und du beginnst als Sensen-Zubi. Sehr, es ist sehr kreativ. Und kannst dich aber bis zum Schnitter hocharbeiten, wegen uns gibt ja diese Schnitterblume. Bei höheren Karrierenstufen kannst du zum Beispiel entscheiden, welche Seelen du erntest und welche wieder ins Leben zurückkehren. Du könntest also auch böse gesagt sagen, oh mein Feind lasse ich sterben und den lasse ich leben. Oder du kannst eine andere Karriere als Bestatter machen und kannst das ausheben. Der Gräber ist anscheinend also auch ein aktiver Job. Bis zum Einbalsamieren von Sims. Man das dann aktiv sieht, würde ich auch interessant finden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es dazu dann auch nochmal Mods gibt. Und du kannst Bestattungsunternehmer oder Thanatopraktiker spezialisieren. Ja, klar, kennt man. Das Wort habe ich auch noch nie. Merkt man gar nicht, als ich das das erste Mal ausgesprochen habe. Du untersuchst als, ihr wisst schon was, Krypten und baust eine, oh nö, eine Fähigkeit, eine neue Fähigkeit aus. Du kannst Beziehungen zu Krähen aufbauen und Tarotkarten sammeln. Und es gibt verschiedene Arten der Trauer, da habe ich euch ja schon erzählt. Aber vor allem dieses Verlust eines engen Freundes, Scheidung, Kündigung, Verlust eines Haustiers. Also ich hoffe auch, dass wir dann unsere Haustiere schön, also begraben und trauern können. Du kannst gewisse Trauerrituale festlegen, wie die Kleiderordnung, Ort und Zeit, verschiedene Aktivitäten. Also es ist so vom Baustein her aufgebaut, würde ich sagen, wie bei Hochzeitsgeschichten oder bei anderen Dingen. Du kannst Erbstücke weitergeben. Erziehungsberechtigte festlegen, finde ich auch sehr wichtig. Festlegen, wer sich um die Haustür kümmern soll. Semiliums vererben oder für den guten Zweck spenden. Das wäre natürlich gemein, wenn du so einen Millionär hast, der dann sagt, ich spende alles für den guten Zweck. Und dann hast du aber so Kinder, die sich, ne, die das Leben lang schon heiß aufs Erbe sind. Wünsche äußern für die Beerdigung auch sehr gut und emotionale Reaktionen festlegen, die bei der Testamentsverlesung anwesend sind. Drama, drama. Ja, das ist jetzt einfach nur mal so ein grober Überblick von mir, ne. Also ich werde euch beide Infoseiten von SimTimes, wo das da alles Stück für Stück steht, natürlich nochmal unten in der Infobox verlinken. Schaut da bitte vorbei. Meine Meinung zu dem Pack. Oh, das wird jetzt kontrovers und schwierig. Ich möchte nochmal ganz klar sagen, jeder darf seine Meinung äußern. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, wie ihr über das Pack denkt. Aber schreibt und kommentiert so, wie ihr behandelt werden wollt. Ich kann euch vorweg schon mal sagen, dieses Pack ist 0,0 meins. Gar nicht. Ich werde es natürlich anspielen und ich werde auch meine eigenen Dinge darin entdecken, die ich fühlen und lieben werde. Wie zum Beispiel Bestatter sein, eigene Friedhöfe bauen. Dieser Bereich Sensemann, mit dem Sensemann arbeiten, das ist für mich so Märchen, Fantasy. Das hat für mich nichts mit der Realität zu tun. Aber was mich schon immer, immer, immer nervt, sind die Geister. Ich brauch das nicht. Für mich, wenn jemand gestorben ist, dann ist er gestorben. Ich möchte schon gerne aktiv sagen, okay, wie gehe ich damit um? Wie traue ich um den Sim? Wie ist das Erbe? Wie ist die Bestattung? Das sind schon Dinge, die mich interessieren und die ich auch gerne aktiv spielen möchte. Aber dieser Bereich Karten legen, Kontakt ins Jenseits, mit Geistern reden, mit Geistern Zeit verbringen, mit Geistern Techtel-Mächtel haben. Dieses ganze Paranormale ist nicht mein Thema. Auf keinen Punkt. Sei es im privaten Leben, sei es im Sims-Spiel. Es spricht mich null an. Ich habe meine eigene Meinung, meine eigenen Gründe, warum ich da absolut gegen bin und das auch nicht gut heiße. Aber bevor ihr jetzt auf euren D-Abo Daumen runter und auf eure Hate-Kommentare tippt. Wenn du das brauchst, wenn du das fühlst, wenn du das willst, es ist dein Leben. Es ist deine Entscheidung. Du kannst spielen, was du willst. Ich finde es nur richtig, dass jeder heutzutage oder allgemein seine Meinung haben darf. Und man darf auch mal auseinander gehen. Und es gibt auch genug andere Sims-Youtuber, die sagen, endlich, ich will wieder Geburten machen, ich will Karten legen, ich will mit Geistern spielen. So, jeder pickt sich seine Sachen, egal in welchem Pack, egal in welchem Set oder was auch immer raus, die er sagt, die fühle ich, die liebe ich, die zeige ich dir. Und du wirst, egal welche Meinung und egal welchen Spielstil jemand hat, Dinge finden bei jedem anderen. Selbst wenn er gewisse Teile auslässt, weil er sie nicht fühlt und sie nicht gut heißt oder nicht spielen will, die du vielleicht dann noch nicht gesehen hast. Ich werde mich, wie gesagt, auf ganz andere Aspekte konzentrieren. Ich freue mich da drauf. Ich werde auch, wie immer, dieses Pack mit euch an dem 31. live anspielen. Auf Twitch sowie auf YouTube. Wir werden live Dinge ausprobieren, aber gewisse Aspekte werde ich rauslassen. Das habe ich bei Paranormale Phänomene auch gemacht. Bei Paranormale Phänomene liebe ich zum Beispiel das Baumenü und die Klamotten. Das heißt, da nutze ich aktiv das, aber alles andere an Gameplay in dem Bereich lasse ich komplett weg. Hier findest du weitere spannende Videos. Fühl dich um Ärmel. Dein Rania. Ciao.